Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt und heute geht es zu Fürst Pückler. Ich besuche nämlich die Schlossanlage und das Schlossgelände in Branez. Hinter mir seht ihr schon die Henriette Sonntag, denn Fürst Pückler pflegte viele Kontakte zu Schriftstellern und Künstlern. Hermann von Pückler, Musgau wurde am 30. Oktober 1785 geboren und war das erste von fünf Kindern des Grafen Ludwig Karl-Hans Erdmann von Pückler und der Gräfin Clementine von Kallenberg. Pückler wuchs mit drei Schwestern in der freien Standesherrschaft Musgau auf. 1800 immatrikulierte er sich zum Studium der Rechte an der Universität Leipzig, brach dies jedoch frühzeitig ab und begann eine militärische Laufbahn. Er unternahm schließlich ausgedehnte Reisen, oft zu Fuß in die Provence und nach Italien. 1812 bereiste Pückler zum ersten Mal mit Leopold Schäffer England und entdeckte dort seine Berufung zum Gartenkünstler. Am 9. Oktober 1817 erfolgte seine Heirat mit der neun Jahre älteren Lucy von Hardenberg, Tochter des preußischen Staatskanzlers Karl August von Hardenberg. 1822 wurde Pückler so in den Fürstenstand erhoben. Zu den besonderen Innenräumen im Schloss gehört das Musikzimmer. Verschiedene Arrangements von Musikinstrumenten, florale Zöpfe, Rosetten und Schleifen sowie Profilköpfe antiker Persönlichkeiten bilden die Stuckzieher. Ein besonderer Blickfang ist der bemalte Kachelofen mit fürstlich-pücklerschen Wappen. Bis 1846 diente dieses Zimmer als repräsentativer herrschaftlicher Festsaal. Der blaue Salon und das anschließende Schlafkabinett bestimmte Pückler hauptsächlich für den königlichen und prinzlichen Besuch. Ja und auch das anschließende Eckkabinett wurde 1858 für die Prinzessin Augusta von Preußen innen hergerichtet. Musik 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 Was den Park besonders kostspielig machte, war der Umstand, dass Pückler für die Anlage riesige Mengen Mutterboden aus weiter entfernten Gegenden auf Ochsenkarren heranschaffen ließ, da der sandige Untergrund für den geplanten Bewuchs ungeeignet war. Darüber hinaus gelang es ihm erstmals, ausgewachsene Bäume zu verpflanzen. Er ließ sie auf einem speziellen Vorwerk heranfahren und präparierte den Boden am neuen Standort baumgerecht. So gelang es ihm, sein berühmt gewordenes Konzept der Blickachsen zu verwirklichen. Pückler erhielt in England die Möglichkeit der Besichtigung eines englischen Landhauses. Den Zutritt zu den Gartenanlagen in England bekam er nur persönlich und wusste es zu schätzen. Er beschloss daraufhin in seinen eigenen Landschaftsgärten in Branitz und Bad Muskau den freien Zugang für jedermann. Auf der Suche nach einer vermögenden Erbin verbrachte Pückler zwischen 1825 und 1829 viele Monate in England. Er bewunderte den Lebensstil des Landadels. Er fand keine Braut. Dafür wurden seine Reiseberichte ein literarischer und finanzieller Erfolg in Deutschland, dann auch in England und den USA. Pückler war Erzähler, Berichterstatter und Briefschreiber. Sein literarischer Ruhm unter den Zeitgenossen zog sich auf die anonym herausgegebenen Briefe eines Verstorbenen. Dabei handelte es sich ursprünglich tatsächlich um die Briefe an seiner Frau und es war ihre Idee, die Briefe in gedruckter Form zu veröffentlichen. Sie wurden in kurzer Zeit in Deutschland, England und Frankreich zu Bestsellern. Er hatte als Adliger Zugang zu den führenden Häusern in Europa und seine Leser ließ er an diesen Erfahrungen teilhaben. Das Bürgertum erhielt dadurch einen Einblick in das abgeschirmte Milieu des Adels. Dieses zum Park ausgerichtete Zimmer bewohnte die Fürstin Lucy bis zu ihrem Tod 1858. Fürst Pückler beschloss nach Nordamerika zu reisen, doch wegen eines Duells verpasste er die Schiffsabfahrt. Stattdessen unternahm er eine Reise nach Ägypten, wo er als Staatsgast empfangen wurde und für seinen Aufenthalt einen Palast mit Personal erhielt. Er reiste weiter in den Sudan, bis er 1838 südlich von Khartoum entkräftet den Rückweg antrat. 1837 kaufte er sich in Kairo auf dem Sklavenmarkt die etwa zwölfjährige Majbuba, die ihn auf der weiteren Reise begleitete. Er nahm sie darauf mit zurück nach Europa, aber kurz darauf, 1840, verstarb das Mädchen in seinem Schloss. Bis zu seinem Tod im Jahr 1871 widmete er sich der Schriftstellerei. Da eine Einäscherung damals aus religiösen Gründen verboten war, griff er zu einer provokanten List. So wurde er am 9. Februar 1871 im Tumulus einer Seepyramide im Parksee des Branitzer Schlossparks beigesetzt.